Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es geht weiter etwas mit Verzögerung, aber wie versprochen mit den AirPods Pro. Und dazu muss ich sagen, ich habe die Dinger unbedingt haben wollen. Das war für mich wieder mal der nächste logische Schritt auf dem Weg in die Apple-Welt. Ein iPhone ist ja da, In-Ears waren zwar auch da, aber so 50 Euro Dinger, die gar nicht mal so schlecht sind. Da reden wir nachher sicher auch noch drüber. Aber es mussten jetzt einfach verdammte AirPods Pro her. Ja, da ich ein wahnsinniger Geizkragen bin, habe ich die wieder auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. Und da kann ich wirklich jeden nur warnen, gebt acht, was ihr da kauft. Ich glaube nämlich, dass die AirPods Pro die verdammt am meisten gefälschten In-Ears auf dem ganzen Scheißplanet sind. Ohne Witz. Ich selber bin leider auch drauf reingefallen, hatte aber Glück im Unglück. Und habe mir dann eine Liste gemacht, eine lange Liste mit Punkten, wie das eben nicht mehr passiert. Und die möchte ich euch heute auch an die Hand geben, weil man hat ja immer die Wahl. Kaufe ich die Dinger jetzt gebraucht für 120? Ja, und tue eventuell diese Gummipinöpsel austauschen oder kaufe ich sie neu für 190? Muss man einfach wissen. Darum soll es heute gehen. Wir legen los nach dem Intro. Bis gleich. Ja, und wie man das von Apple gewohnt ist, kleine schlichte Verpackung mit wenig drin, im Prinzip eine Bedienungsanleitung, die Gummipinöpsel und das Case, was dann die AirPods Pro beinhaltet. Aber das Case, muss ich sagen, ist sehr schick, hat vorne eine kleine LED drauf, die den Ladezustand anzeigt, hinter einen kleinen Button und vor allem ein Metallscharnier. Das ist ziemlich hochwertig gemacht. Lightning-Anschluss unten, natürlich können wir nicht drauf verzichten. Naja. Innen drin befinden sich dann die AirPods Pro und die kann man ganz leicht rausholen. Das finde ich cool gelöst, indem man einfach mit dem Finger dahinter rutscht und die nach vorne rauszieht. Dann flutschen die quasi raus. Ist nichts Besonderes, sind halt In-Ears in einem Case, aber es fühlt sich alles hochwertig an, ist klein, leicht und gut. Ja, jetzt sind die Dinger ausgepackt, viel ist nicht drin, aber ich meine, was braucht man denn auch? Man braucht einen Case, man braucht die AirPods Pro und man braucht die Gummipinöpsel, um Sensoren zu passen. Fertig, wunderbar. Ja, qualitativ, muss ich sagen, bin ich echt begeistert. Also das Case liegt gut in der Hand, es ist echt sehr klein, es passt also in jede Hosentasche. Es lässt sich super öffnen, schließen, die AirPods rausholen, ist wirklich angenehm. Da kenne ich das Gefummel von meinen Billigdingern, das nervt wirklich. Und ich will jetzt auch gar nicht über Spaltmaße oder so und Scheißreden, was viele andere tun. Das ist mir bei so Dingern, ehrlich gesagt, scheißegal. Funktionieren müssen sie, es muss halbwegs gut bedienbar sein. Und ich meine, es sind In-Ears, von was reden wir, von Dingern, die man hier rausholt und ins Ohr steckt. Und da muss Musik rauskommen, mehr nicht. Aber natürlich ist es angenehm, dass man die Teile so einfach rausholen kann, dass die so einfach reinflutschen, dass das einfach funktioniert. Ist wirklich gut. Ja, und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, die Einrichtung. Und das ist wieder Apple typisch einfach nur geil gelöst. Was habt ihr denn zu tun? Ihr nehmt euer Case raus, haltet neben das iPhone, öffnet das Case, iPhone erkennt, AirPods sind da, ihr drückt auf Verbinden, das war's. Manchmal kann es vorkommen, dass man hinten noch den kleinen Tasch da drücken muss. War jetzt in meinem Fall nicht so, wie gesagt, geöffnet, verbinden gedrückt. Sie sind mit dem System verbunden. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Mit dem System verbunden heißt halt wirklich, dass man die Dinger komplett mit allem verbinden kann. Mit meinem Mac Mini, mit meinem Apple TV, mit allem, mit meinem iPad. Ich verbinde die und ab dann funktioniert das einfach. Die sind komplett genial ins System integriert. Das ist der Wahnsinn. Ich habe die AirPods Pro im Ohr. Geh an meinen Mac Mini, der erkennt AirPods Pro. Buff, kommt die Musik halt immer die AirPods Pro raus. Das war's. Ich nehme das iPad in die Hand, drücke den Knopf. Buff, habe ich die Musik da drüber. Das gleiche mit dem iPhone. Es funktioniert einfach überall zu jeder Zeit. Also ich hatte damit bis jetzt noch keine Probleme. Da brauche ich nicht mit Bluetooth rumspielen und dann hängt es mal. Dann erkennt das nicht. So wie ich es von normalen oder von meinen Soundpeats, wirklich mit P, Soundpeats heißen diese In-Ear-Kopfhörer, die ich da habe. Das war nicht so dolle. Ganz einfach. Das ist Apple typisch genial gelöst. Da werdet ihr mit anderen Hochpreisigeren. Ich meine, es gibt sicher genauso gute In-Ears auf dem Markt oder sogar noch bessere, was Klang oder sonst was angeht. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber die funktionieren einfach. Das ist so das Sorglos-Paket. Es fühlt sich gut an. Es ist leicht. Es ist klein. Und ich mache es an und es funktioniert. Das ist halt dieses Apple-Sorglos-Paket. Und wenn man dann eben mit der Qualität noch zufrieden ist, was ich bin, dann passt das einfach. Da habe ich keine Spiele rein. Von der Reichweite her, muss ich sagen, sind sie genial, aber auch nicht besser als meine Soundpeats. Also ich kläre mal kurz auf. Meine In-Ears, die ich bis jetzt hatte, das waren 36,99 Euro In-Ears von Soundpeats. Und die sind wirklich gut. Die haben eine riesen Reichweite. Da kann ich auch wirklich meinen Raum verlassen und zwei Räume weitergehen. Funktionieren wunderbar. Und so ist es eben bei den AirPods Pro auch. Das ist genau das gleiche Spiel. Da habe ich eine, ich habe es in der Firma mal probiert. Da bin ich, wir haben wirklich eine große Halle. Da bin ich quer durch die Halle gelaufen und hatte überall ohne Abreißer, ohne Unterbrechungen, perfekt den Sound auf den Ohren. Wunderbar. Kann man sich absolut nicht beschweren. Und jetzt kommen wir mal zum Klang. Und da muss ich sagen, Klang ist top. Der Klang ist klar. Nein, erst muss ich sagen, ich bin kein Klang-Experte. Das ist wie beim Weinen. Ich trinke den Wein, sage gut oder schlecht. Und ich sage nicht, oh, ich schmecke jetzt noch die Nussnote raus. Und irgend so, nee, vergessen. Ja, ich stecke mir die AirPods, sage ich schon, ich stecke mir die Kopfhörer, die In-Ears ins Ohr und ich höre, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ganz einfach. Ich kann schon unterscheiden, ist ein bisschen dumpf, zu hoch, zu wenig Bass, darum geht es auch. Aber ich kann euch jetzt nicht irgendwas von, eine Story vom Pferd erzählen, funktioniert einfach nicht. Mache ich auch nicht. Ich kann nur sagen, die haben super Klang. Der ist klar, der ist wirklich ausgewogen, der ist wunderbar. Für mich ist der genau richtig. Aber es fehlt eine Sache und das ist Bass. Die AirPods Pro haben für meinen Geschmack einfach zu wenig Bass. Meine Soundbeats von Amazon, die stecke ich rein und die können einem den Kopf wegknallen, wenn man will. Da kommt richtig Druck raus. Und wenn man so wie ich gerne elektronische Musik hört, dann macht es dann mal bumm, bumm, bumm. Und man will das dann auch, dass einem so richtiges Gehirn wackelt. Das geht nicht mit AirPods Pro. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich gerne richtig Wumms auf den Ohren habe, wenn ich es mal gerne möchte. Aber gut, ist so. Gewöhne ich mich dran, wenn ich es mal brauche und es geht nicht anders, hole ich die Soundbeats raus. Aber wer was sucht, was wirklich musikmäßig einem echtes Gehirn rausknallt, ist mit AirPods Pro nicht gut beraten. Einfach meine Meinung, da kommt zu wenig Wumms raus. Lautstärketechnisch ganz klar, die sind laut, wie alle anderen auch, aber Bass fehlt. Der Klang allerdings ist genial, vor allem beim Podcasts hören oder eben auch beim Musik hören. Sie klingen extrem gut. Da muss ich aber auch sagen, die Soundbeats, die klingen nicht viel schlechter. Also für meine Ohren nicht. Da habe ich jetzt nicht bei den AirPods Pro dieses, wow, endlich hochwertige Kopfhörer drin. Ne, habe ich nicht gehabt. Ich habe schon gehört, es ist alles ein Tick besser, ein Tick klarer. Aber es sind jetzt nicht Welten. Ja, ganz, ganz, ganz einfach. Aber das Komplettpaket von dem, was man kriegt, was Klang angeht, ist wirklich gut. Man muss nur wissen, wenig Bass. Nicht zu wenig, aber wenig. So. Und dann kommen wir mal noch zum Thema Features, was die haben. Und darauf habe ich mich am meisten gefreut. Nämlich das Noise Cancelling und dieser Transparenten-Modus. Das war mir das Erste, was ich probiert habe, als ich die Dinger dann hatte. Und ich muss sagen, Transparenz-Modus ist genial. Ja, ich weiß, es ist unhöflich, wenn man mit Kopfhörern oder In-Ears im Ohr spricht, mit dem man spricht. Aber es funktioniert halt einfach. Ihr aktiviert den Transparenz-Modus und ihr hört einfach die Umwelt so, als ob ihr diese Teile nicht drin habt. Und würde man die im Ohr auch nicht spüren, hätte man das Gefühl, da ist nichts. Würde man auch nicht wissen, dass da In-Ears drin sind. Also im Transparenz-Modus kann man die rausmachen, reinmachen, rausmachen, reinmachen. Es ist einfach das Gleiche. Es funktioniert so dermaßen gut, macht wirklich Spaß. Noch genialer ist der Noise Cancelling-Modus. Das ist wirklich der Hammer. Ich habe keinen Vergleich. Es gibt garantiert hochpreisigere Kopfhörer oder In-Ears. Die kranken das genauso gut, wenn nicht noch besser. Aber die AirPods Pro, die machen das spitze. Ich habe es mal getestet. Ich habe meine Soundpeats reingemacht, die billige In-Ears. Und klar liegt in Natur der Sache, da sind Silikonpenöpsel drin. Die dichten die Umwelt ab. Und da sind auch schon ziemlich viele Geräusche weg. Das Gleiche habe ich mit AirPods Pro gemacht. Reingesteckt, alles deaktiviert. Und einfach mal so dann gelauscht und beim Autofahren und beim Reden mit Leuten. Ich habe es jetzt wirklich viel getestet. Ohne aktiviertes Noise Cancelling verhalten die sich so, die AirPods Pro, wie meine Soundpeats. Klar, Silikon im Ohr muss ja irgendwo abdichten. Aktiviert man dann aber das Noise Cancelling, dann ist die Umwelt einfach fast weg. Das ist so, so angenehm. Ich nutze das auch nur. Bei mir ist dieser Modus immer aktiv. Immer aktiv. Was ein kleiner Nachteil ist an diesem Noise Cancelling ist, also so geht es zumindest mir, dass dumpfe Geräusche beim Laufen oder wenn man sich mal wo anschlägt oder sich bewegt, die werden wahnsinnig ins Gehirn übertragen. Ich weiß nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Es gibt Reviewer, die haben diese normalen AirPods getestet. Und bei den normalen AirPods muss man ja, um den Modus zu verstellen, drauf tippen. Bei den AirPods Pro funktioniert das ja hier über den Druck unten am Schaft. Aber bei den AirPods muss man ja drauf tippen. Zumindest bei den alten, die neuen, die jetzt gerade rausgekommen sind, die haben auch diesen Drucksensor am Schaft. So, und dann sagen viele Reviewer, wenn man da drauf tippt, ist das schlecht, weil immer dieser Tipp, der gibt so einen dumpfen Schlag ins Gehirn. Das tut ihm ordentlich gut. Also ich finde es nicht schlimm, aber viele stören es halt. Und dieses Drücken hier unten ist einfach besser. Ist es auch. Definitiv finde ich auch. Worum es mir aber geht, wenn ich die AirPods Pro im Ohr habe und die sind wirklich dicht und funktionieren und noise-cancelingisch an und ich bewege mich. Diese Vibrationen, die sich halt über den Körper übertragen, die spüre ich dann im Kopf. Ich höre so ein dumpfes Bum, 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 wenn ich laufe oder wie gesagt, wenn ich mich wo anschlage oder mal ein bisschen heftiger bewege. Das überträgt sich halt trotzdem im Kopf. Ist zumindest bei mir so. Da muss man sich dran gewöhnen. Das kann ein bisschen unangenehm sein. Aber ich habe die jetzt ja schon wieder an Weichen und ja, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ist aber trotzdem nicht sehr schön. Da weiß ich aber nicht, ob das bei anderen In-Ears auch so ist. Muss ja theoretisch, weil dicht ist halt dicht. Ihr könnt das zum Beispiel, wenn ihr zu Hause solche Baustellen-Kopfhörer habt, so Gehörschutzzeug. Das habe ich hier auch. Wenn ich daheim am Handwerken bin, habe ich da so einen Gehörschutz auf. Wenn man da dann mal einen Bügel drüber macht, wenn man da mal drauf tippt, ja, oder mal sich mal ein bisschen heftiger bewegt, ja, oder sich mal anschlägt, da ist genau der gleiche Effekt. Das überträgt sich dann direkt aufs Ohr ins Gehirn. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Aber das habt ihr eben bei aktiviertem Noise-Canceling und wirklich dichter Sitzweise habt ihr das eben bei den AirPods Pro auch. Ich habe das zumindest da. So, dann möchte ich noch was zum Passen sagen. Also es war für mich schwierig, die richtig anzupassen. Ich habe die verschiedenen Gummi-Silikonaufsätze probiert, auch mehrere Tage probiert, bin jetzt bei den Kleinsten gelandet und das funktioniert jetzt, nachdem ich auch ein bisschen lernen musste, wie man sie richtig einsetzt. Also dieses reinstecken, ein bisschen nach vorne machen. So steht es ja auch in der Bedienungsanleitung bei mir. Ich musste das einfach ein bisschen lernen. Und dann funktionieren die kleinsten Silikonaufsätze für mein Ohr perfekt. In den Einstellungen zu den AirPods Pro gibt es ja auch dieser Pass-Test. Der spielt da eine kurze Musik ab und schaut, ob da wirklich alles dicht ist. Und wenn da beides Grün für beide Ohren Grün angezeigt wird, dann sitzen die auch richtig. Und dann funktioniert auch das Noise-Canceling auch bestens. Aber ihr müsst natürlich auch schauen, dass die bequem im Ohr sind. Ich hatte nämlich einen Pass-Test gemacht mit den mittleren Silikonaufsätzen zum Beispiel. Hat alles gepasst, hat sich gut angefühlt. Und nach circa 20 Minuten hat es dann angefangen, mir im Ohr weh zu tun. Und das ist eben nicht Sinn der Sache. Also das war, muss ich sagen, mit den billigen Soundpeats wesentlich einfacher. Die Standardaufsätze, die drauf waren, als ich sie gekauft habe, die habe ich reingesteckt. Und das hat einfach gepasst. Und das hatte ich halt bei den AirPods Pro nicht. Wenn man sich da aber ein bisschen Zeit lässt und das alles ein bisschen testet, dann kriegt man die, denke ich, für jedes Ohr auch richtig hin. Obwohl ich auch schon viel gelesen habe oder geschaut habe drüber, wo Leute sagen, es geht einfach nicht. Aber so sind wir Menschen halt. Jeder ist anders. Für mich hat es dann schlussendlich geklappt. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit allem. Also das Gesamtpaket ist gut. So, ich habe mir mal die AirPods Pro ins Ohr gesteckt. Jetzt testen wir mal noch die Qualität vom Mikrofon. Die finde ich nämlich auch richtig gut. Und ja, was ihr jetzt hört, kommt nicht über das Lavalier-Mikrofon von Rode, was ich hier an mir trage, sondern eben über die AirPods Pro. Und ja, das lässt sich doch hören. Da kann man schon was damit anfangen. Finde ich gar nicht so schlecht. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich zu der Liste kommen mit vielen Punkten, wie ihr euch vor einem Fake-Kauf schützen könnt, gehen wir mal noch ganz schnell die Möglichkeiten durch, die man da noch in den Einstellungen hat, zu den AirPods Pro, weil die sind wirklich genial ins Betriebssystem integriert. Und ja, machen wir einfach ganz schnell. Zum einen habt ihr natürlich die Möglichkeit, nicht nur per Druck am Airpods selber, sondern übers Menü den Transparenz-Modus, die Geräuschunterdrückung oder eben zu aktivieren oder eben beides auszuschalten, dass sie sich wie normale In-Ears verhalten. Ja, das ist ganz klar. Dann könnt ihr den linken und den rechten Drucklopf einstellen, was ihr da gerne drauf habt. Ob das Siri wollt, ob Transparenz-Modus aktiviert werden soll, wie auch immer, könnt ihr alles einstellen. Habt den Passtest, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, zum Schauen, ob die auch wirklich dicht abschließen. Damit zum Beispiel der Transparenz, äh, der Noise-Canceling-Modus, die Geräuschunterdrückung auch sauber funktioniert. Ihr habt dann eine automatische Ohr-Erkennung. Das ist wirklich gut. Airpods rein, puff, läuft los, Airpods raus, Musik stoppt. Ja, muss ich aber auch dazu sagen, funktioniert nicht in jeder Situation. Also nehmt ihr die und steckt sie in die Tasche und es ist dunkel da drin, was ja auch immer ist. Ich weiß nicht genau, was der Grund ist. Manchmal spielt dann die Musik einfach wieder los, weil er denkt, er ist im Ohr. Das soll ja bei den neuen Airpods, also nicht bei den Pro, bei den jetzt gerade vorgestellten Airpods, soll ja da eine Hauterkennung oder eine richtige Hauterkennung drin sein, damit das eben in der Tasche nicht mehr passiert. Mit den Airpods Pro habt ihr das manchmal. Deswegen steckt es am besten immer ins Case und nicht los in die Tasche, dann funktioniert das auch bestens. Dann eine lustige Sache, dieses 3D-Audio. Das ist wirklich klasse. Also da habt ihr quasi das iPhone als Audioquelle und der erkennt dann, ob ihr euren Kopf neigt und wo sich das iPhone befindet. Das funktioniert in vielen Apps, auch in WhatsApp. Also wenn ich da zum Beispiel eine Sprachnachricht von meiner Frau kriege und ich habe das aktiviert und das iPhone hängt, keine Ahnung, im Auto, am Halter und ich drehe den Kopf, dann ist das so, als ob sie quasi vor mir stand und mit mir spricht und ich höre sie halt jetzt im rechten Ohr und jetzt im linken Ohr. Ist ganz lustig, ist beim Musikhören manchmal ein bisschen nervig, weil ihr ja da eher wollt, dass die Musik von überall kommt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt, ich will das. Wenn ich Musik höre, muss ich so das Gefühl haben, ich bin mittendrin, weil es ist schon merkwürdig, wenn man dann Musik hört und man dreht so einen Kopf. iPhone ist ja immer die Quelle und man dreht so einen Kopf und auf einmal kommt halt dann mehr dort oder mehr dort, als ob man quasi vor der Bühne steht und sich halt bewegt. So ist das dann. Ist aber eine ganz lustige Sache. Dann haben wir optimiertes Laden. Klar, brauche ich nicht viel zu erzählen. Dann habt ihr noch dieses Wo-ist-Netzwerk. Mittlerweile können die AirPods Pro ja auch wieder gefunden werden, wenn man sie verloren hat. Das funktioniert ja jetzt auch alles und das war es dann eigentlich auch schon. So viel zu dem Thema. Mehr gibt es eigentlich zu den Dingern nicht zu sagen. Also gäbe es garantiert, da gibt es garantiert noch tausend andere Einstellungen und Feinheiten, die man hat, aber im Großen und Ganzen war es das. Damit sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich die Fade-Liste. Und ganz ehrlich, die Dinger werden gefaked, was das Zeug hält. Das ist der pure Wahnsinn. Ich selber habe leider auch die Erfahrung gemacht. Ich habe sie gebraucht gekauft, auf eBay Kleinanzeige, habe gefragt, sind es auch wirklich Originale, habe mir die Seriennummer geben lassen, habe das auch geprüft über die Apple-Webseite. War alles wunderbar. Habe die Dinger gekauft und es waren Fakes. Ich hatte Glück im Unglück, weil der Verkäufer wusste nicht, dass es Fakes sind. Der hatte die nämlich selber als Fakes gekauft und hatte die auch nie benutzt. Deswegen wollte er es ja verkaufen und deswegen konnte ich die wieder zurückgeben und habe mein Geld wiederbekommen. Bei vielen anderen ist das Geld einfach futsch und Pech. Nach dieser tollen Erfahrung, stopp, ich habe rausgekriegt, dass es Fakes waren, weil das Noise-Canceling und der Transparenz-Modus einfach nicht funktioniert haben. Und dann habe ich mich ein bisschen so erkundigt, was ist denn da los, warum funktioniert es denn bei mir nicht. Und ja, da kam dann eben raus, das sind halt Gefakte. Und dann habe ich mich da eingelesen und dann erst mal das Ausmaß dieser Säure verstanden. Also wirklich krass, was da auf dem Markt abgeht. Selbst bei Online-Shops kann es sein, dass ihr Gefakte Airpods Pro bekommt. Krass, passt auf. Ich bin aus dem Grund hingegangen, habe mir aus allen Quellen, die es im Netz gab, eine Liste gemacht. Ich habe die hier auf Papier, also ich muss ablesen, damit das Jahr nicht nochmal passiert. Und dann bin ich, habe ich sie wieder gebraucht gekauft, habe sie persönlich abgeholt und habe gesagt, guter Mann, pass auf, ich kaufe die, ich lege dir hier das Geld hin, aber ich möchte diese Liste abarbeiten. Wenn sie Originale sind, dann ist ja alles gut, dann kaufe ich die auf jeden Fall, nehme ich die mit, du musst keine Angst haben, weil ich wollte die auch testen. Das macht ja dann nicht jeder so gern, wenn man sie dann nicht kauft. Aber ich muss das machen und wenn es fake sind, dann lasse ich sie da, aber dann weiß ich auch warum. Da hat er sich drauf eingelassen und dann ging es los. Zuerst habe ich die Seriennummer geprüft. Das ist ganz einfach. Hier geht auf eine Apple-Webseite, die habe ich unten auch verlinkt. Da kann man die Seriennummer prüfen und dann wird auch angezeigt, ob sie original sind oder nicht. Darauf ist aber kein Verlass. Das ist nur ein Punkt von vielen. Danach die Verpackung auf Schreibfehler prüfen. Ganz wichtig, weil bei vielen Fakes, mittlerweile sind die auch besser geworden, ist es wirklich so, dass dann auf der Verpackung Schreibfehler sind. Also nehmt die Verpackung, schaut es euch an, lest dann ein paar Texte, wenn das alles sauber gedruckt ist, schreibfehlerfrei, gut. Das nächste ist dann der Case-Deckel. Im Case-Deckel innen drin, hier unten innen drin, du musst den Zettel mal weglegen, da steht die Akkuleistung drin oder die Akkuleistung vom Case und da steht 500, was ist es, 519 mAh muss da drinstehen. Bei einigen Fakes steht da nämlich eine andere Zahl drin und dann wisst ihr auch wieder, okay, nicht 519 mAh sind Fakes. Dann nehmt die Bedienungsanleitung raus. Schaut die euch an. Wenn der Druck sauber ist, die Schrift sauber ist und da keine Fehler drin sind, auch wieder ein Indiz dafür, dass es original ist. Weil wenn da auf einmal die Bilder nicht in guter Qualität gedruckt sind und irgendwelche Druckfehler und Quatsch, dann ist es nicht von Apple, weil da achten die drauf, dass es alles hochwertig gemacht ist. Dann haben wir die Metallschiene auf dem Case. Hier hinten habt ihr eine Metallschiene drauf. Die darf nicht glänzen. Die darf nicht wie das Case so ein Hochglanzding sein, sondern das sieht aus wie gebürstetes Alu. Bei den Fakes, die ich nämlich gekauft hatte, da hatte die auch geglänzt. Hier habe ich jetzt eben dieses matte gebürstete Alu original. Dann den Case-Deckel selber nehmen. Der muss so leicht schräg aufstehen. Seht ihr das? Das steht so ein bisschen schräg auf. Bei Fakes kann er mal so stehen oder noch weiter aufgehen. Ungefähr in dem Winkel muss der, ihr seht das nicht richtig, wegen meinem Fokus, aber ihr wisst, was ich meine. Der muss so leicht schräg nach hinten aufstehen. Da sollte auch nicht viel Spiel drin sein. Das sollte leicht auf und zu gehen. Also der Deckel, der klappt quasi, wenn man ihn offen hat, von alleine zu. Die Spaltmaße sollten halbwegs genau sein. Einfach nur wieder ein Indiz dazu für ein Fake, wenn der Deckel eben nicht so steht, wenn er auf ist, sondern irgendwie in einer anderen Position. Dann haben wir noch die Nahtstelle einen Kopfhörn. Nehmt euch die AirPods Pro raus und schaut euch die Nahtstellen an. Die müssen wirklich sauber sein. Das war nämlich bei meinen Fakes auch nicht so wirklich gut, aber hat mich auch nicht so wirklich interessiert. Ich lachte da halt nicht wirklich drüber nach. Dann aber blaues Blinken. Manche Fake AirPods Pro, die haben halt da eine Elektronik drin, die einfach aus irgendeinem China-Misch besteht. Und dann kann das sein, dass wenn ihr die einschaltet, dass ihr unten am Schaft, dass es da blau blinkt. Weil da halt irgendein LED-Indikator für Bluetooth-Verbindung drin ist. Das machen die AirPods Pro nicht. Dann das Gitter. Hier oben habt ihr ja so Gitter drauf. Ja, das sind so Gitter. Das muss wirklich ein Gitter sein. Das darf nicht einfach zu ein Stück Plastik sein. Das muss ein Gitter sein. Dann haben wir auf der Unterseite, genau. Manche Fakes, das sieht man auf der Unterseite von den AirPods. AirPods Pro sieht man das Mikrofon, also offen. Auch wieder so ein Gitter oder da ist gar nichts drauf. Die AirPods Pro sind geschlossen. Ihr habt da so einen kleinen silbernden Metallring. Die sind unten geschlossen. Punkt oben. Alles andere sind Fakes. Eben, das Mikrofon darf hier nicht zu sehen sein. Das ist eben auch ein Punkt. Und dann geht es schon los. Und dann müsst ihr schauen, dass ihr die ins Ohr stecken könnt und probieren könnt. Und dann müsst ihr unbedingt den Transparenzmodus und den Noise Cancelling, den Geräuschunterdrückungsmodus ausprobieren. Wenn das funktioniert, dann sind es Originale. Weil es gibt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe auch schon von Fakes gehört, die können das. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es gibt so gut wie kein Fake, sage ich einfach. Die können das. Und wenn ihr Transparenzmodus anmacht und ihr hört alles und ihr macht den Noise Cancelling-Modus an und alles ist weg, dann könnt ihr euch sehr, sehr sicher sein, dass das wirklich originale AirPods Pro sind. Dann könnt ihr auch gleich euer iPhone schnappen, wenn ihr sie eben im Ohr habt und eine Audioaufnahme machen. Schaut, wie gut die Audioqualität ist. Die Audioqualität habt ihr ja gerade gehört. Die muss einfach gut sein. Die meisten Fakes haben Schrottmikrofone verbaut, da kommt nichts Gutes bei raus. Dann eben die Bedienung. Sie müssen sich durch Drücken am Schaft bedienen lassen und nicht durch Tippen. Manche Fakes sind halt so dreist, die haben halt diesen Drucksensor da nicht. Da muss man tippen. Sieht aber original aus wie AirPods Pro. Dann könnt ihr noch testen, das ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht, aber dann könnt ihr noch testen. Ich habe es zumindest getestet. Wenn Siri aktiviert ist, schaltet Siri die Musik nicht aus und dann macht sie nur leiser. Bei Fake AirPods, da kommt dann Siri und die Musik ist weg. Wenn Siri weg ist, kommt die Musik wieder. Die AirPods Pro, die, 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 die machen die Musik im Hintergrund einfach leiser und dann hört man Siri und den anderen Quatsch und wenn das vorbei ist, dann wird die Musik einfach wieder langsam laut gestellt. Ja. Und ich weiß, das ist eine lange Liste und das ist auch viel, was man, was man tun muss, aber es lohnt sich und im Prinzip ist das in 5 bis 10 Minuten durch und ich meine, wenn man die Dinger kauft für gebraucht, 120 Euro vielleicht, äh, dann sind die Leute auch bereit, ja, das ist ein Haufen Geld, die sind auch bereit, da schnell 5 Minuten zu warten, dass man das durchgetestet hat. Was natürlich scheiße ist, hier durchtesten und ins Ohr stecken und machen und tun und dann nachher sagen, ja, das sind zwar Originale, aber ich will sie nicht. Ja, das macht man dann natürlich nicht. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn man das Geld hinlegt und sagt, du, ich kaufe sie, aber ich möchte sie wirklich komplett durchtesten, dann funktioniert das und das ist eigentlich schnell durch. Auf jeden Fall testen, wenn ihr Gebrauch kauft, testen, 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 nehmt die Liste. Ich schreibe sie auch noch mal in die Videobeschreibung, da gibt es auch sicher noch andere Punkte, aber ich denke, die ist schon mal ganz gut und es ist halt dennoch ein Haufen Geld, worum es geht und man möchte es ja nicht verschenken. Und auch bei Online-Jobs aufpassen, auch da kann es sein, dass ihr Fakes bekommt, einfach mal dann die Sachen eben ausprobieren und im Zweifel eben zurück und gut ist. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ein kurzes Fazit, ich bin tiptop zufrieden mit den AirPods Pro. Sie könnten ein bisschen mehr Bass haben, aber ansonsten wirklich tiptop. Ich bin froh, dass ich sie habe und ich bin froh, dass ich sie gekauft habe und zwar die richtige Entscheidung und muss halt jeder für sich selber wissen. Das ist wieder das, wie ich es jedes Mal sage, wenn man möchte, dass man sich im Apple-Universum bewegt und die Vorzüge von Deckel auf erkannt, Deckel zu nicht erkannt, reinstecken erkannt, rausmachen nicht erkannt, die Integration ins Betriebssystem, die schnelle Verbindung mit Handy, Mac Mini, MacBook Air, was weiß ich, was ihr alles zu Hause habt. Wenn ihr einfach diese super Plug-and-Play-Lösung wollt, dann braucht ihr AirPods Pro. Wenn ihr das nicht unbedingt braucht, dann glaube ich, findet ihr auf dem Markt auch noch bessere Kopfhörer, die vielleicht auch ein bisschen mehr Bass haben, vielleicht nochmal besseren Klang, vielleicht nochmal ein Tick besseres Noise-Canceling, ich weiß es nicht, aber ich sage halt, das Gesamtpaket macht. Das Gesamtpaket macht. Sondern haben wir da mittlerweile, wenn man sie gebraucht braucht, für 120 Euro gut klarkommt. Und ich meine, so ein Set hier mit Silikondingern, damit man sich nicht die gebrauchten Teile ins Ohr stellt, das kostet ein Zehner, ist man bei 130 Euro. Das ist ein Top-Preis für AirPods Pro und ihr müsst jetzt nicht 160, 170, 180 Euro was auf dem Markt gerade kosten noch hinblättern. Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung unter den Voraussetzungen, wie ich sie genannt habe. Und Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da geht es darum, dass ich einen Wolkenhimmel gebaut habe mit meinem Sohnemann. Der ist fertig. Das wird das nächste Video sein. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann.